I'll be there for you This is not a drive by Mein Name ist Jessica Paradiso Ich bin 19 und komme aus Solothurn Ich bin Romano Solano Ich bin 20, komme auch aus Solothurn und ich bin gelehrter Kaufmann Für mich ist es eigentlich selbstverständlich mit einem Arm zu tanzen, weil ich mit ihm auf die Welt gekommen bin und ich bin ein Mensch, der motiviert ist und darum lasse ich mich nicht locker kriegen und mache einfach das, was ich will und von dem her passt es und gebe Vollgas Zwischen uns läuft eigentlich auf der Bühne sehr viel ab weil wir zu uns eigentlich recht gut ergänzen Was bei uns speziell ist, ist, wir haben uns sehr gerne Das Lustige daran ist, dass wir immer ein Liebespärchen sind was wir ja nicht sind Jeder Moment, den wir zusammenbringen ist mega cool Mein Talent ist einfach, dass man allen den Leuten zeigen kann dass es nicht immer nur das Hip-Hop gibt dass man alle zusammen tanzen und dann sozusagen unsere emotionalen Gefühle den Leuten so wie mitgeben Ich bin ja bei Italienern Ich bin ja bei Italienern und komme meistens 15 Min. ins Sport Wo ist das? Wir sind total gehört für einen Italiener Ehrlich, immer das Gleiche Wir sollten pünktlich dort sein und drehen sich wieder das Gefühl auf Schlimmer als eine Frau Die kann man fischen 10 Min. verspönt sich Aber wirst du schon immer so etwas sanft? Ja Der bisschen Verröse einen wir sollten die 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 die